Sura 23 Al-Mominun Die Gläubigen Offenbar zu Mekka 118 Ayat Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen Wahrlich erfolgreich sind die Gläubigen, die in ihren Gebeten voller Demut sind und die sich von allem leeren Gerede fernhalten und die die Zakat entrichten und ihre Schamteile bewahren außer gegenüber ihren Gattinnen und denen, die sie von Rechts wegen besitzen denn dann sind sie nicht zu tadeln Diejenigen aber, die darüber hinaus etwas begehren, sind Übertreter und diejenigen, die das ihnen anvertraute Gut und ihre Verpflichtung hüten und die ihre Gebete einhalten Dies sind die Erben, die allverdaus erben werden Auf ewig werden sie darin verweilen Und wahrlich, wir erschufen den Menschen aus einer Substanz aus Lehm Als dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte Dann bildeten wir den Tropfen zu einem Blutklumpen Dann bildeten wir den Blutklumpen zu einem Fleischklumpen Dann bildeten wir aus dem Fleischklumpen Knochen Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch Dann entwickelten wir es zu einer anderen Schöpfung So sei denn Allah gepriesen, der beste Schöpfer Dann, danach, werdet ihr mit Gewissheit sterben Dann werdet ihr am Tage der Auferstehung erweckt werden Und wir haben wahrlich über euch sieben Himmelssphären geschaffen Und nie sind wir gegen die Schöpfung unachtsam gewesen Und wir sandten Wasser vom Himmel in bestimmtem Maß nieder Und wir ließen es in der Erde ruhen Und wir vermögen es wieder hinwegzunehmen Dann haben wir damit für euch Gärten mit Dattelpalmen und Beeren hervorgebracht An ihnen habt ihr reichlich Früchte und von ihnen esst ihr Und wir haben einen Baum hervorgebracht Der aus dem Berge Sinai empor wächst Er gibt Öl und Würze für die Essenden Und betrachtet das Vieh als Lehre für euch Wir geben euch von dem zu trinken, was in ihren Leibern ist Und ihr habt von ihnen vielerlei Nutzen Und von ihnen esst ihr Und auf ihnen wie auch in Schiffen werdet ihr getragen Und wir sandten wahrlich Noah zu seinem Volk Und er sagte O mein Volk, dient Allah Ihr habt keinen anderen Gott außer ihm Wollt ihr also nicht gottesfürchtig sein? Aber die Vornehmen seines Volkes, die ungläubig waren, sagten Er ist nur ein Mensch wie ihr Er möchte sich bloß über euch erheben Hätte Allah gewollt, hätte er doch gewiss Engel hinabsennen können Wir haben nie von solchem unter unseren Vorvätern gehört Er ist nichts anderes als ein Mann, der unter Besessenheit leidet Wartet darum eine Weile mit ihm Er sagte Mein Herr, hilf mir, denn sie haben mich der Lüge bezichtigt So offenbarten wir ihm Baue das Schiff unter unserer Aufsicht und gemäß unserer Eingebung Und wenn unser Befehl ergeht und die Oberfläche der Erde Wasser hervorballen lässt Dann nimm ein Paar von jeglicher Gattung an Bord Sowie deine Angehörigen mit Ausnahme derer, gegen die das Wort bereits ergangen ist Und sprich mich nicht deretwegen an, die gefrevelt haben Denn sie werden ertränkt Und wenn du dich auf dem Schiff eingerichtet hast, du und die, die bei dir sind Dann sprich, alles Lob gebührt Allah, der uns vor dem ruchlosen Volk errettet hat Und sprich, mein Herr, gewähre mir eine gesegnete Unterkunft Denn du bist der Beste, der für die Unterkunft sorgt Wahrlich, hierin liegen Zeichen und wir haben sie nur auf die Probe gestellt Dann ließen wir nach ihnen andere Geschlechter entstehen Als dann sandten wir ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der sagte Dient Allah, ihr habt doch keinen anderen Gott als ihn Wollt ihr also nicht gottesfürchtig sein? Und die Vornehmen seines Volkes, die ungläubig waren Und die Begegnung im Jenseits leugneten Und denen wir den Wohlstand des irdischen Lebens beschert hatten, sagten Das ist nur ein Mensch wie ihr Er isst von dem, was ihr esst Und trinkt von dem, was ihr trinkt Und wenn ihr einem Menschen euresgleichen gehorcht Dann werdet ihr gewiss Verlierende sein Verheißt er euch etwa, dass ihr, wenn ihr tot seid Und Staub und Gebeine geworden seid, wieder auferstehen werdet? Weit, weit hergeholt ist das, was euch da verheißen wird Es gibt kein anderes Leben als unser Leben auf der Erde Wir werden sterben und wir leben Doch wir werden nicht wiedererweckt werden Er ist nun nur ein Mensch, der eine Lüge gegen Allah erdichtet hat Und wir wollen ihm nicht glauben Er sagte Mein Herr, hilf mir Denn sie haben mich der Lüge bezichtigt Er sprach In kurzer Zeit werden sie sicher reumütig werden Da erfasste sie der Streim mit Gerechtigkeit Und wir machten sie zu Spreu Verflucht sei denn das Volk, das Frevel begeht Dann ließen wir nach ihnen andere Gestächter entstehen Kein Volk kann seine festgesetzte Frist beschleunigen Noch kann es sie hinauszögern Dann entsandten wir unsere Gesandten Einen nach dem anderen So oft ein Gesandter zu seinem Volke kam Bezichtigten sie ihn der Lüge So ließen wir sie einander folgen Und machten ihr Schicksal zu viel erzählten Geschichten Verflucht sei denn das Volk, das nicht glaubt Als dann sandten wir Moses und seinen Bruder Aaron Mit unseren Zeichen und einer klaren Vollmacht Zu Pharao und seinen Vornehmen Doch sie wandten sich verächtlich ab Denn sie waren ein hochmütiges Volk Sie sagten Sollen wir an zwei uns gleichen Menschen glauben Wo ihr Volk uns doch dienstbar ist? So bezichtigten sie beide der Lüge Und sie gehörten zu denen, die vernichtet wurden Und wahrlich Wir gaben Moses das Buch Auf das sie dem rechten Weg folgen mögen Und wir machten den Sohn der Maria und seine Mutter zu einem Zeichen Und gewährten ihnen Zuflucht zu einem Hügel mit einer grünen Fläche Und einem fließenden Quell O ihr Gesandten Esst von den reinen Dingen und tut Gutes Wahrlich, ich weiß recht wohl, was ihr tut Und diese eure Gemeinschaft ist eine einheitliche Gemeinschaft Und ich bin euer Herr So fürchtet mich Aber sie, die Menschen Wurden untereinander uneinig Und spalteten sich in Parteien Und jede Partei freute sich über das, was sie selbst hatte Darum überlass sie eine Zeit lang ihrer Unwissenheit Meinen sie denn, indem wir sie reichlich mit Vermögen und Söhnen versorgen Würden wir uns beeilen, ihnen Gutes zu tun? Nein, sie nehmen es nicht wahr Wahrlich, jene, die sich aus Furcht vor ihrem Herrn Sorge tragen Und jene, die an die Zeichen ihres Herrn glauben Und jene, die ihrem Herrn nichts zur Seite stellen Und jene, die das Spenden, was zu spenden ist Und jene, deren Herzen beben, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden Sie sind es, die sich bei guten Werken beeilen Und ihnen darin voraus sind Und wir fordern von keiner Seele etwas über das hinaus Was sie zu leisten vermag Und wir haben ein Buch, das die Wahrheit spricht Und es soll ihnen kein Unrecht geschehen Nein, ihre Herzen beachten dieses Buch ganz und gar nicht Und außerdem gibt es da Tätigkeiten von ihnen, die sie fortführen Siehe, bis dass sie, wenn wir die Wohlhabenden unter ihnen mit Strafe erfassen Verzweifelt um Hilfe rufen Schreit heute nicht um Hilfe Denn ihr werdet bei uns keine Hilfe finden Meine Verse wurden euch doch verlesen Ihr aber pflegtet auf euren Fersen umzukehren Hochmütig erwähntet ihr ihn, den Koran Und nachts habt ihr ihn gemieden Haben sie denn das Wort nicht bedacht Oder ist zu ihnen das gekommen, was nicht zu ihren Vorvätern kam Oder kennen sie ihren Gesandten nicht, sodass sie ihn verleugnen Oder sagen sie, er ist ein Besessener Nein, er hat ihnen die Wahrheit gebracht Und die meisten von ihnen hassen die Wahrheit Und wenn die Wahrheit sich nach ihren Begierden gerichtet hätte Wahrlich, die Himmel und die Erde und wer darin ist Wären in Unordnung gestürzt worden Nein, wir haben ihnen ihre Mahnung gebracht Doch von ihrer eigenen Mahnung kehren sie sich ab Oder forderst du etwa von ihnen einen Lohn Doch der Lohn deines Herrn ist besser Und er ist der beste Versorger Und gewiss, du rufst sie zu einem geraden Weg auf Und jene, die nicht an das Jenseits glauben Weichen wahrlich von dem Weg ab Und hätten wir uns ihrer erbarmt und sie von ihrer Drangsal befreit Würden sie dennoch in ihrer Widerspenstigkeit verharren Und verblendet in die Irre gehen Und wahrlich, wir haben sie mit Strafe erfasst Doch sie haben sich ihrem Herrn weder unterworfen Noch haben sie sich gedemütigt Bis dass wir ihnen ein Tor zu strenger Straf öffnen Siehe, da werden sie hierüber in Verzweiflung stürzen Und er ist es, der euch Ohren, Augen und Herzen geschaffen hat Wie wenig dankbar seid ihr Und er ist es, der euch auf der Erde vermehrt hat Und vor ihm werdet ihr versammelt werden Und er ist es, der leben und sterben lässt Und in seinen Händen ruht der Wechsel von Nacht und Tag Wollt ihr es denn nicht begreifen? Doch nein, sie sprachen aber, wie schon die früheren sprachen Sie sagten, wie, wenn wir gestorben und zu Staub und Gebein geworden sind Sollen wir dann wirklich auferweckt werden? Dies ist uns verheißen worden, uns und zuvor unseren Vätern Das sind ja nichts als Fabeln der früheren Sprich, wessen ist die Erde und wessen, wer auf ihr ist, wenn ihr es wisset? Sie werden sagen, Allah Sprich, wollt ihr denn nicht nachdenken? Sprich, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Throns? Sie werden sagen, sie sind Allah Sprich, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Sprich, wer ist es, in dessen Hand die Herrschaft über alle Dinge ist und der Schutz gewährt, aber vor dem es keinen Schutz gibt, wenn ihr es wisset? Sie werden sagen, all dies ist Allah Sprich, wieso also seid ihr verblendet? Doch wir haben ihnen die Wahrheit gebracht und wahrlich, sie leugnen sie Allah hat sich keinen Sohn genommen, noch ist irgendein Gott neben ihm Sonst würde jeder Gott mit sich fortgenommen haben, was er erschaffen hätte und die einen von ihnen hätten sich sicher gegen die anderen erhoben Gepriesen sei Allah und erhaben über all das, was sie beschreiben Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren Erhaben ist er darum über das, was sie ihm beigesellen Sprich, mein Herr Wenn du mich schauen lassen willst, was ihnen angedroht wird Mein Herr, so setze mich nicht zum Volk der Frevler Und wir haben wahrlich die Macht, dich schauen zu lassen, was wir ihnen androhen Wäre das Böse mit dem ab, was das Beste ist Wir wissen recht wohl, was für Dinge sie behaupten Und sprich, mein Herr Ich nehme meine Zuflucht bei dir vor den Einflüsterungen der Satane Und ich nehme meine Zuflucht bei dir, mein Herr Damit sie sich mir nicht nähern Wenn dann der Tod an einen von ihnen herantritt, sagt er Mein Herr, bringe mich zurück Auf dass ich Gutes tue von dem, was ich unterlassen habe Keineswegs Es ist nur ein Wort, das er ausspricht Und hinter ihnen steht eine Schranke bis zu dem Tage, an dem sie auferweckt werden Wenn dann der Stoß in den Zua erfolgt ist Gibt es zwischen ihnen an jenem Tage keine Verwandtschaftsbande mehr Und sie werden einander nicht befragen Dann werden die, deren Waagschalen schwer sind, die erfolgreichen sein Jene aber, deren Waagschalen leicht sind, werden die sein, die ihrer selbst verlustig gegangen sind In Jahannam werden sie auf ewig bleiben Das Feuer wird ihre Gesichter verbrennen Wenn wir nicht zurückkehren, dann werden wir wahrlich Frevler sein Er wird sprechen Hinab mit euch da rein und redet nicht mit mir Wahrlich, es gibt eine Anzahl unter meinen Dienern, die zu sagen pflegten Unser Herr, wir glauben Vergib uns darum und erbarme dich, unser Denn du bist der beste Erbarmer Ihr aber habt sie mit Spott behandelt So sehr, dass sie euch meine Ermahnung vergessen ließen Während ihr sie auslachtet Ich habe sie heute belohnt Denn sie waren geduldig Wahrlich, sie sind es, die den Sieg erreicht haben Er wird sprechen Wie viele Jahre verwaltet ihr auf Erden? Sie sagen Wir verwalten einen Tag Oder den Teil eines Tages Doch frage diejenigen, die rechnen können Er spricht Ihr verwaltet nur kurze Zeit, wenn ihr es nur wüsstet Glaubtet ihr denn, wir hätten euch in Sinnlosigkeit erschaffen Und ihr würdet nicht zu uns zurückgebracht Und hoch erhaben ist Allah, der wahre König Es ist kein Gott außer ihm, dem Herrn des würdigen Throns Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat Der wird seinem Herrn Rechenschaft abzulegen haben Wahrlich, die Ungläubigen haben keinen Erfolg Und sprich Mein Herr, vergib uns und habe Erbarme mit uns Denn du bist der beste Erbarmer Ich bin ja Ich bin ja Mein Herr, vergib uns und habe Erbarmen Und ich bin ja Untertitelung des ZDF, 2020